Ich grüße dich. Im folgenden geht es um das Thema Haare. Bitte prüfe den Wahrheitsgehalt mit Herz und Verstand selbst. Warum lange Haare für Frau und Mann so wichtig sind? Um es gleich vorneweg zu sagen, Haare sind Antennen der Seele. Lange Haare empfangen alle Schwingungen und Frequenzen und damit kann jeder auch mehr fühlen. Lange war es normal, dass Frauen Haare bis zum Po hatten und auch die Männer, die alten Germanen, Indianer etc., trugen lange Haare. Als sich immer mehr die Schwingung zum Negativen veränderte, wurden vor allem die Haare beim Mann kurz geschnitten. Dies begann dann auch später bei den Frauen, dass immer mehr ihre prachtvollen Antennen abschnitten. Man erklärte dies mit der Modeerscheinungen oder mit der Bequemlichkeit. Interessant war, dass die Lieblichkeit der Frau rapide abnahm und auch die Männer nicht mehr so viel Gefühl hatten. Beim Militär wurde es eingeführt, eine extreme Kurzhaarfrisur zu tragen. Der Grund dafür ist, weil dadurch die Männer nicht mehr so fühlen und so zu Kampfmaschinen, ohne aufmüpfig zu werden, mutieren. Denn, erinnern wir uns, die alten Krieger, die Indianer, die Urdeutschen etc., hatten ja auch alle eine lange Haarpracht und waren trotzdem große Kämpfer. Erst jetzt, so langsam wieder, fangen immer mehr junge Leute an, vor allem die Frauen, wieder lange Haare mit Stolz zu tragen. Sie fühlen in ihrem tiefsten Innern, dass lange Haare etwas Wunderbares sind. Auch junge Männer fangen wieder an, sich lange Haare wachsen zu lassen. Meist haben jene noch ein paar kleinere Probleme mit der Verwandtschaft, aber sie tun es trotzdem und fühlen sich gut dabei. Da die Emanzipation in den letzten Jahrzehnten immer mehr um sich gegriffen hat, wird es Männern, die lange Haare haben, sicher auffallen, dass viele Frauen mit ihnen nicht zurechtkommen, diese sie sogar förmlich anfeinden. Dies hat damit zu tun, dass der Mann mit langen Haaren mehr Feinfühligkeit hat, als die Frau mit ihren Haaren und sie dieses spürt. Sollte die Frau auch lange Haare haben und trotzdem den Mann anfeinden, dann hat dies mit Konkurrenzkampf zu tun, da er nun auch sehr feinfühlig geworden ist. Folgende Zitate zeigen die Wichtigkeit langer Haare. Willi Schröter berichtet 1963 auf Seite 620 in Die andere Welt allerlei okkulte Merkwürdigkeiten, Haare als Sende- und Empfangsantennen, Zitat Als die Phyllis der Kokotte, Dalila, dem Nazirea-Richter Simson, die im Schlafe die Locken abschor, da war seine Kraft von ihm gewichen. Darin anschließend stellte Wunderapostel Prof. Hans Sterneder fest, Zitat Die gleiche Auffassung vertrat der seinerzeit bekannte Heilpraktiker Karl Wachtelborn und schloss die Frage an. Warum brauchen geschorene Pferde mehr Futter als diejenigen, denen man das Haar gelassen hat? Generalarzt Dr. Med. Felix Buttersack meint, Zitat Zitat Möglicherweise dienen die Haare des weiblichen Geschlechtes als erster, noch sichtbarer Abschnitt eines unbewussten psychischen Sendeapparates. Bezeichnenderweise trugen im frühen Mittelalter die Jungfrauen langes, frei herabfallendes Haar, jedes Haar eine Antenne. Und wenn die in ein Kloster eintretenden Mädchen zunächst ihren Haarschmuck abschneiden mussten, so schnitten sie damit ihre Antennen zu ihrer psychobiologischen Umwelt ab. In dem Buch Das Goldene Band steht auf Seite 230 folgendes zum Thema Haare. Das Weib schneidet Samson während des Schlafes den Haarschopf, den Sitz seiner gigantischen Schöpferkraft, ab. Im Schopf liegt auch die tantrische Sexualkraft verborgen. Die sich im Fischezeitalter durchsetzende, semitisch-mondbezogene Religion versinnbildlicht die Entmannung durch die kirchliche Tonsur und die Unfruchtbarmachung dadurch, dass man das Haar der angehenden Nonne abschnitt. St. Paulus erklärt, dass er aus allen Christen Eunuchen machen möchte. Die Könige göttlichen Ursprungs hatten dicken Haarwuchs, sie waren am ganzen Körper behaart und schnitten sich, als Zeichen ihres Königtums, niemals die Haare. Die Pelasgar waren behaart, die Sigs in Indien, eine kriegerische Rasse, schneiden nie ihr Haar. Es sind die Arier aus der Zeit des Einfallens von Alexander dem Großen. Auch die merovingischen Könige werden eines Tages aus ihren Gräbern wieder auferstehen, mit ihren mähnengleichen, blonden, hyperboreischem Haupthaar. Auch die Hirtenkönige der Hyksos sollen dichten Haarwuchs gehabt haben, wie Esau, langes Haar. Auch der grandiose Naturforscher und Wissenschaftler Viktor Schauberger meint zum Thema Haare folgendes. Die Bubikopf-Mode ist noch jung und es ist tief bedauerlich, dass Frauen dies schon den Männern nachzumachen beginnen. Leider haben Frauen keine Ahnung, dass alle Wachstumserscheinungen wie Haare Vermittler der atmosphärischen und geosphärischen Ausgleiche sind. In der Kealian-Fotografie wurde sichtbar, dass das Haar beim Menschen, einschließlich das Gesichtshaar bei Männern, eine Datenautobahn zum Gehirn ist. Das Haar selbst gibt auch Energie ab, die elektromagnetische Energie, die vom Gehirn an die äußere Umgebung abgegeben wird. Dies ist sichtbar gemacht worden, wenn eine Person mit langem Haar fotografiert und danach erneut abgelichtet wurde, nachdem das Haar geschnitten war. Jeder kann sich nun selbst ein Urteil bilden. Ein gegenwärtiges Beispiel zu diesem Thema ist der Film Herr der Ringe. Auch dort haben alle Menschen lange Haare. Warum ist dies so? Nun, weil Haare Antennen sind. Gerade die Frau sollte ihre langen Haare nicht kurz schneiden lassen, denn bis in die Haarspitzen reicht die weibliche Aura. Schneidet man die Haare ab, so wird die weibliche Aura massiv gestört, sogar zerstört. Gerade Frauen kennen bestimmt das Gefühl der Traurigkeit, die fast körperliche Schmerzen verursacht, wenn der Friseur ihnen die Haare zu kurz geschnitten hat. Haare sind viel mehr als eine Schönheitserscheinung. Warum schneiden und rasieren wir denn dann alles ab? Mit der gewaltigen Entfremdung der Natur haben wir uns selbst vieles beraubt. Doch mit dem Besinnen auf altes Wissen und der Rückschau auf die eigene Kultur können wieder Anknüpfungspunkte gesetzt werden. Um nun wieder auf die Haarpracht zurückzukommen. Alle germanischen Stämme huldigten die Haare. Langes Haar repräsentierte Souveränität und damit verbunden persönliche Freiheit. Im Alten Testament wurden Haaren Qualitäten wie Macht und Stärke zugesprochen. Sogar die Geschichte von Samson und Delia in der Bibel trägt viel verschlüsselte Wahrheit für uns. Denn als der lila Samson die Haare abschnitt, war der einst unbesiegbare Samson besiegt. Das sollte uns zu denken geben. Was hat unser Haupthaar mit Geomantie zu tun? Iris Weber, im Hauptberuf Friseurin, gelangte durch ihre geomantische Tätigkeit im Zweitberuf zu überraschenden Analogien von Naturlandschaften und Haarlandschaften. Haare und ihre Wuchsrichtung sind beweglicher Ausdruck unseres Wesens. Als Friseurin, die täglich mit der Haarpracht von Menschen umgeht, erfahre ich deren Kopf und Gesichtshaut wie eine Landschaft in der Natur oder auch wie ein Kunstwerk. Der schalenförmige Schädel ist vergleichbar mit der Kuppel eines Doms, unter der gedacht und gefühlt wird. Die Haare sind wie ein Gemälde, ein Mandala oder ein Kosmogramm auf dem Äußeren dieser Kuppel. Das Besondere dabei ist, dass sie beweglich sind, ein Schwingungsbild abgeben. Ich vergleiche gerne Haare mit Wasserklangbildern. Sie formen sich durch die dem Menschen innewohnenden Energien und Informationen. Der oberste Teil des Körpers, das Haupt, ist wie eine von Menschenhand noch unberührte Landschaft. Unberührt, weil wir Haut und Haare nicht selbst bewegen können. Die Haare wachsen aus der Kopfhaut wie Pflanzen in der Natur. Insofern kann man diese Landschaft analog zur Landschafts- und Stadtgeomantie deuten. Im sensiblen Umgang mit Haaren geht es wie in der Geomantie um das Verstehen von Form, Kraft und Energiefluss, sowie um das Erspüren des Wesentlichen, des inneren Bildes. Haare als Antennen Zwischen Schädel und Kopfhaut gibt es weder Fettgewebe noch Muskulatur. So ist dort kein Platz für gewachsene Körperformen und es ist keine willentliche oder unbewusste Mimik möglich. Die Haut über dem Schädel kann weder lächeln noch zürnen. Sie ist, wie sie ist. Stellen Sie sich einmal Ihren Kopf als einen Erdball vor. Blut und Lymphe bilden Flüsse und Seen, die Knochen das Gestein, die Haut den fruchtbaren Boden und darauf wachsen die Haare. Sie sind, wie die Pflanzen und Blumen für die Erde, der Schmuck des Menschen. Haare bewegen die Haut, die den Resonanzboden des Gehirns bildet. Sie bewegen sich ohne unser willentliches Bewusstsein, durch die Art und Weise, in der sie im jeweiligen Moment fallen, sowie durch die Dynamik ihres Wachstums und dabei verhalten sie sich wie Bäume. Sie weichen Störzonen aus und verändern ihre Wuchsrichtung. Kinder spielen mit ihren Haarlocken, wenn sie nachdenken, oder zupfen sich Haare aus, wenn sie traurig sind. Man kennt den Drang, sich in schöne Haare zu fassen oder über den Kopf zu streichen. Wir kommunizieren ganz selbstverständlich von Kindesbeinen an mit unseren Haaren, wie in Urzeiten die Menschen wohl mit den Bäumen und Steinen gesprochen haben. Redewendungen über Haare sind plakativ. Um Haaresbreite. Den Zopf abschneiden. Etwas am Schopf packen. Ein haariges Problem. Haarspalterei Die Wuchsrichtung und die daraus entstehende Form der Haare ist einmalig wie ein Fingerabdruck. Wohl deshalb wurden Haare bis heute rituell und kommunikativ verwendet und bewertet. Als Mode getarnt sind moderne Frisuren Zugehörigkeitsmarke und bildlicher Ausdruck der Persönlichkeit. In natürlicher, gesunder Verfassung sind Haare ein Bild des Ichs. Sie wachsen dort, wo der Mensch seinen körperlichen Höhepunkt hat, wo er sich die Krone aufsetzt. Wie die Blütenblätter einer Blume wendet sich das Muster der Haarlocken dem Himmel entgegen. Ich spreche von Haaren gerne als schwingende, wellenerzeugende Antennen, die senden und empfangen. Eindruck, Ausdruck, Licht, Farbe, jegliche Energie. Und so weit hergeholt ist die Analogie zur Antenne nicht. Haare sind in ihrer molekularen und äußeren Struktur spiralförmig aufgebaut. Jede Veränderung an den Haaren ergibt eine andere Sendung. Von außen nach innen und umgekehrt. Wer einmal unter Isaiah googelt und Vril-Gesellschaft und dann die Option Bilder wählt, findet erstaunlich viel Bildmaterial von sehr langhaarigen Frauen, die als Medium gedient haben. Die Verständigung der Vril-Gesellschaft, der immer noch sehr geheimnisvolle Kenntnisse über diverse Flugapparaturen und Raumschiffe nachgesagt werden, mit Außerirdischen, also die Verständigung der Vril-Gesellschaft mit Außerirdischen, soll über die besondere Sensitivität der sehr langhaarigen Frauen möglich gewesen sein. Ihre Haare sollen als eine Art Empfangsantennen fungiert haben. Warum die Indianer lange Haare haben Haare haben eine wichtige Funktion. Unsere Kultur lässt die Menschen glauben, dass die Frisur eine Angelegenheit der persönlichen Vorliebe, eine Angelegenheit der Mode und oder Zweckmäßigkeit ist und dass, egal wie die Leute ihr Haar tragen, bloß eine äußerliche Angelegenheit ist. In Vietnam jedoch kam ein anderes Bild zum Vorschein. Sally, Name geändert, um die Privatsphäre zu schützen, war in den frühen 90ern mit einem Psychologen verheiratet, der an einem VA-Krankenhaus arbeitete. Er arbeitet dort mit Kriegsveteranen mit PTSD, posttraumatischer Belastungsstörung. Die meisten von ihnen hatten ihren Militärdienst in Vietnam geleistet. Sally sagte, Ich erinnere mich sehr gut daran, als mein Mann eines Abends in unsere Wohnung am Dr. Circle kam und einen dicken, offiziell aussehenden Ordner im Arm hielt. Es waren hunderte von Seiten gewisser Studien darin, die von der Regierung in Auftrag gegeben wurden. Er war vom Inhalt dieser Studien schockiert. Was er in diesen Studien gelesen hatte, hat sein Leben völlig verändert. Von diesem Moment an begann mein konservativer, politisch gemäßigter Mann damit, sein Haar und seinen Bart wachsen zu lassen und ließ sie nie wieder schneiden. Darüber hinaus ließ ihn die VA-Klinik gewähren und andere sehr konservative Männer der Belegschaft folgten seinem Beispiel. Als ich die Dokumente las, erfuhr ich, warum. Scheinbar schickten Spezialeinsatzkräfte des Kriegsministeriums während des Vietnamkrieges Undercover-Experten in Indianerreservate, um nach talentierten Späherren zu suchen. Nach harten, jungen Männern, die darauf trainiert waren, sich bei Nacht und Nebel durch raues Gelände zu bewegen. Sie suchten speziell nach Männern mit herausragenden, fast übernatürlichen Fähigkeiten zur Spurensuche. Bevor man auf sie zuging, waren diese sorgfältig ausgewählten Männer eingehend als Experten in der Spurensuche und im Überleben dokumentiert worden. Mit den üblichen Anreizen, den gut bewährten, geschmeidigen Phrasen, die zur Anwerbung neuer Rekruten benutzt werden, wurden dann einige dieser indianischen Fährtenleser in Dienst genommen. Sobald sie sich verpflichtet hatten, geschah etwas Erstaunliches. Egal, welche Talente und Fertigkeiten sie auf dem Reservat hatten, sie schienen auf mysteriöse Weise zu verschwinden, als ein Rekrut nach dem anderen darin versagte, sie den Erwartungen entsprechend in die Praxis umzusetzen. Indianische Fährtenleser im Vietnamkrieg Schwerwiegende Kausalzusammenhänge und Nicht-Erfüllungen brachten die Regierung dazu, teure Testverfahren dieser Rekruten durchzuführen. Und dies sind ihre Ergebnisse. Als sie über ihr Versagen im Erbringen der erwarteten Leistung befragt wurden, antworteten die älteren Rekruten übereinstimmend, daß sie, sobald sie ihren vorgeschriebenen militärischen Haarschnitt erhalten hatten, den Feind nicht mehr länger wahrnehmen konnten, sie keinen Zugriff mehr auf ihren sechsten Sinn hatten, ihre Intuition nicht mehr verlässlich war, sie die subtilen Zeichen nicht mehr so gut lesen konnten oder keinen Zugriff mehr auf subtile, außersinnliche Informationen hatten. Das Prüfinstitut rekrutierte also weitere indianische Fährtenleser, erlaubte ihnen, ihr langes Haar zu behalten und testete sie in mannigfaltigen Bereichen. Dann taten sie jeweils zwei Männer zusammen, die in allen Tests dieselben Ergebnisse erzielten. Sie ließen einem der Männer seine langen Haare und der andere erhielt einen militärischen Haarschnitt. Und dann unterzogen sie die beiden Männer denselben Tests nochmal. Wieder und wieder erzielte der Mann mit dem langen Haar die hohen Testergebnisse. Wieder und wieder versagte der Mann mit dem kurzen Haar in eben jenen Tests, bei denen er vorher schon die hohen Testergebnisse erzielt hatte. Hier ist ein typischer Test. Der Rekrut schläft draußen im Wald. Ein bewaffneter Feind in Anführungszeichen nähert sich dem schlafenden Mann. Der langhaarige Mann erwacht durch ein starkes Gefühl der Gefahr aus dem Schlaf und entfernt sich lange bevor der Feind nahe ist, lange bevor auch nur irgendein Geräusch des sich nähernden Feindes hörbar ist. In einer anderen Version dieses Tests spürt der langhaarige Mann eine Annäherung und er ahnt intuitiv irgendwie, dass der Feind einen körperlichen Angriff ausführen wird. Er folgt seinem sechsten Sinn und wartet regungslos, gibt vor zu schlafen, doch greift blitzschnell nach dem Angreifer und tötet ihn, als der Angreifer herunterlangt, um ihn zu erwirken. Derselbe Mann, nachdem er diesen und andere Tests bestanden hatte, erhielt dann einen militärischen Haarschnitt und versagte dann durchgehend in diesen Tests und anderen Tests, die er vorher bestanden hatte. Das Dokument empfahl also die Freistellung aller indianischen Fährtenleser von den militärischen Haarschnitten. Tatsächlich forderte es, dass Fährtenleser ihr Haar lang tragen müssen. Kommentar Haare als hochsensible Antenne Der Körper des Säugetieres hat sich über Millionen von Jahren weiterentwickelt. Menschliche und tierische Überlebensfertigkeiten scheinen fast übernatürlich. Die Wissenschaft wartet dauernd mit weiteren Entdeckungen über die erstaunlichen Fähigkeiten des Überlebens von Mensch und Tier auf. Jeder Teil des Körpers erfüllt hochsensible Arbeit für das Überleben und Wohlergehen des Körpers als Ganzes. Der Körper hat einen Grund für jeden seiner Teile. Haare sind eine Erweiterung des Nervensystems. Sie können korrekterweise als nach außen gelagerte Nerven gesehen werden, eine Art von hochentwickelten Fühlern oder Antennen, die gewaltige Mengen wichtiger Informationen an das Stammhirn, das limbische System und den Neokortex übertragen. Nicht nur, dass das Haar beim Menschen, einschließlich das Gesichtshaar bei Männern, eine Datenautobahn zum Gehirn ist. Das Haar selbst gibt auch Energie ab. Die elektromagnetische Energie, die vom Gehirn an die äußere Umgebung abgegeben wird. Dies ist in Kirlianscher Fotografie sichtbar gemacht worden, wenn eine Person mit langer Haar fotografiert wurde und dann wieder erneut abgelichtet wurde, nachdem das Haar geschnitten wurde. Wenn Haar geschnitten wird, wird das Empfangen und Senden von Übertragungen in und aus der Umgebung stark gestört. Dies resultiert in einer Betäubung der Sinne. Das Schneiden von Haar ist ein beitragender Faktor, ein beitragender Faktor zu der Unwissenheit über die ökologische Notlage in örtlichen Ökosystemen. Es ist auch ein beitragender Faktor zu der Abgestumpftheit innerhalb von Beziehungen aller Arten. Es trägt zu sexueller Frustration bei. Schlussfolgerungen Indem wir nach Lösungen aus der Notlage unserer Welt suchen, mag es an der Zeit sein, in Erwägung zu ziehen, dass viele unserer grundlegenden Annahmen über die Realität ein Irrtum sind. Es könnte sein, dass ein Großteil der Lösung darin besteht, uns jeden Morgen ins Gesicht zu blicken, wenn wir uns im Spiegel sehen. Die Geschichte von Samson und Delilah in der Bibel trägt viel verschlüsselte Wahrheit für uns. Als Delilah Samsons Haare abschnitt, war der einst unbesiegbare Samson besiegt. Die Geschichte von Samson und Delilah in der Bibel trägt viel verschlüsselt. Bis zum nächsten Mal.